Tommo, endlich das erste Home Derby gegen Nauheim. Wie groß ist die Anticipation, dass wir wieder ein Derby spielen gegen die Home-Kreude? Es ist ziemlich spannend, das Home-Kreude gegen Nauheim war viel Spaß von meiner Erfahrung mit Kassel im letzten Jahr. Es ist nur so stark, wenn nicht so starker. Ich freue mich auf Kassel am Sonntag. Was waren die Schlüsse für den Erfolg gegen Nauheim? Wir haben es einfach so einfach gemacht. Wir haben ein Spielplan. Wir haben uns einfach ein Spielplan gemacht. Wir haben keine individuelle Arbeit gemacht. Wenn wir als Team spielen können wir sehen, dass wir ein sehr guter Team sind. In Ravensburg ist es meistens in zwei Perioden, wo du die bessere Team war. Aber einige individuelle Fehler haben dir das Spiel gegeben. Ist das immer noch ein Prozess, um diese Konsistenz zu arbeiten? Ja, es ist immer ein Prozess. Die Konsistenz ist wahrscheinlich das schwerste Sache. Ich glaube, dass wir gegen Nauheim spielen können. Wir haben ein sehr konsistentes Spiel gegen Ravensburg gespielt. Wir nehmen 10 Minuten aus und sehen das Ergebnis. Wenn wir jetzt die Konsistenz zu erreichen können, dann sind wir gut zu gehen. Ist es ein bisschen hilfreich für dich, dass du jetzt ein bisschen mehr Zeit und mit dem Schädel ein bisschen leichter zu arbeiten? Ja, es ist immer schön, die Spiele während der Woche zu spielen. Denn niemand mag viel zu viel. Aber es gibt uns ein bisschen Zeit, um zu recuperieren und unsere Energielevels zurückzukehren. Freitag, bevor der Derby-Games gegen Kassel, hast du den Weg nach Riesersee. Was erwartet du gegen Riesersee? Es ist ein schwieriges Team, sie haben uns hier einmal gespielt. Ja, sie sind immer ein schwieriges Team, sie sind gut defensiv. Sie sind ein schnelles Team. So wie ich gesagt habe, wenn wir mit einem Spielplan und eine ganze 60 Minuten spielen, dann sollten wir gut sein. Sunday Kassel sind ein bisschen vor uns. Was denkst du, was werden die Schläge für den Schicksal gegen die Huskies sein? Es ist nicht wichtig, ob du in den ersten oder in den letzten Platz bist. Die Derby-Games sind immer emotional und sehr passionnete Spiel. Ich denke, dass jeder Team kommt und arbeitet viel stärker. Mit der Zielsetzung, alles spielt die wichtige Faktoren. Die Derby-Games sind immer immer über die Emotionen und die Passion. Es gibt nicht so viele Schläge für den Schicksal, sondern wir arbeiten hart und arbeiten mit einem Plan. Wie geht es? Deine Emotionen? Es ist noch besonders wichtig, wenn wir gegen Kassel spielen? Ja, ich habe noch viele gute Freunde auf dem Team. Ich bin noch in Kontakt mit ein paar von ihnen. Es ist ein bisschen weirr, zu spielen gegen sie. Aber wenn man auf dem Eis ist, dann ist es ein Spiel. Und dann sind wir wieder Freunde. Aber wenn wir auf dem Eis sind es ein Derby-Games. Ich wusste, dass ich das nach Frankfurt gekommen bin. Es ist ein bisschen weirr, aber es ist Spaß zu spielen gegen sie. Vielen Dank und gute Glückwunsch für den Weekend. Danke.